Hallo, hier ist der Martin von Mein und Mein Kees, das ist der Tagsanlösung für Donnerstag, den 4.4.2024 und ich habe das Bild mal heute ein bisschen mit Interpretationsspielraum reingestellt. Wer von euch hat Lust an die Ohren zu ziehen nach oben, wer hat Lust hier mit einem Hammer drauf zu hauen, könnt ihr gerne mal eure Meinung kundtun. Wir haben erstmal einen Rücklauf gesehen, das war auch das, was ich mir am ehesten vorstellen konnte, so hat man es zumindest gestern in der Analyse gesagt, dass er nochmal Richtung 3.60 reinsteht, das ist ein wichtiger Bereich, den er von unten am anlaufen könnte, aber auch die 4.30-4.70. Das haben wir jetzt gesehen, dann hat da auch jemand in ein Kommentar geschrieben, dass ich mich ja schon offensichtlich schwer tue, den Markt unten rauszureden, dass ich das wohl nicht könne. Dabei muss man schon sagen, ja, ich tue mich schwer, euch den DAX hier nach unten voll rauszuschimmen und gehe natürlich in einer solchen Gelegenheit, wo wir hier gesehen haben, die 4.20-Vorte überlaufen, die 3.60-Vorte überlaufen und die dritte Zone in den möglichen Rücklaufbereichen war dann 3.285, muss ich natürlich in dem Moment, wo wir noch einen starken Aufwärtsdrehen im Nacken haben und den haben wir ja natürlich ein bisschen die Mahnwache spielen. Ich muss mich hinstellen und sagen, hey, pass auf, der ist jetzt hier durch die ersten zwei durchgesprungen, der wird wahrscheinlich vom dritten erstmal wieder ein bisschen reagieren und euch die Ziele geben, die dann eben da bei 3.60 sind, die haben wir ja nur bekommen und sogar noch ein Stückchen höher, weil es eben immer mal wieder so ist, dass der Markt das macht. Stellt euch mal vor, ich würde das nicht machen. Stellt euch mal vor, ich würde wie andere hier schreien, äh, jetzt garantiert 5000 Punkte fällt der Markt. Ähm, mit welch, stellt euch mal vor, mit welcher Inbrunst manche ihre Short lostreten würden. Die würden 100% von ihrem Depot auf den Short reinsetzen, weil das ja jetzt garantiert klappen muss, weil der Martin das gesagt hat. Ja, das, das ist aber nicht gut. Die Leute sind so und so schon übelst geil auf Short. Ich muss da ein bisschen bremsen, weil, wenn ich schon nur das Wort Short erwähne, manche es total ausflippen und denken, oh, jetzt fällt es halt nicht mal 500 Punkte. Ja, die Leute, die hören immer das raus, was sie hören wollen halt, ne. Das, das hat man sehr oft. Da gibt es Analysen, da erzähle ich zehn Minuten lang, ähm, wie denn der DAX weiter steigen kann und, äh, sage in 30 Sekunden kurz, was unten raus die Variante ist und die, die Leute sagen, naja, Martin, hat ja überhaupt nicht geklappt, was du in der Analyse gesagt hast. Der ist ja gestiegen. Obwohl ich zehn Minuten nur davon gesprochen habe, was er oben raus machen kann, 30 davon, was unten raus passiert, aber er wollte das hören, unten raus und dann, dann triggert einen das so und deswegen muss ich die Bewegung anzeigen. Aber was, was wollte ich eigentlich sagen, was, was die Moral der Geschichte quasi, ähm, wir haben ja im Nacken noch diesen übergeordneten, starken aufwärtstrend. Was ihr jetzt so gestern aus dem Video nicht bewusstet oder wisst, was wir aber im Premium-Dienst, im Webinar uns angeguckt haben, ist ja, wir machen ja im Premium-Dienst immer auf größere Ebenen noch, ne. Hier ist die Morgenanalyse nur für den Tag, im Premium machen wir das noch kleiner, also über den Tag mit kleineren Updates, aber eben auch größer in den Webinaren. Gucken wir uns den Wochenchart, den Monatschart an, haben dort Ewigkeiten unsere Route schon drin, auch für das Ganze war ja eigentlich schon mehr oder weniger schon durchgeplant und da ist der DAX sehr, 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 sehr gut drin. Und die Erwartungshaltung, die wir haben, ähm, insbesondere jetzt geprägt durch diesen langen Anstieg, den wir haben, diese vielen grünen Wochenkerzen hintereinander, ist historisch betrachtet in DAX eigentlich immer so ein Signalgeber für seitwärts gewesen. Ja, und deswegen kann ich euch gar nicht den Markt nach unten zu schmackhaft reden, weil das wahrscheinlich gar nicht bringen wird. Und wieso sollte ich euch was anbieten oder was präsentieren, was letztendlich dann so in der Ausprägung gar nicht passieren kann. Gestern haben wir gesagt, ich kann schon nochmal so eine Abverkaufwelle durchdrücken, wie vom Ostermontag, habe euch sogar eine außerbörsische Indikation extra gezeigt, um euch das herzuleiten, woher diese zweite Verkaufswelle kommen kann. Einfach, wenn man das oft so sieht, dass da noch so eine drückt, haben wir uns angeguckt, wie weit kann die gehen, da unten bis 360, bis, bis, ähm, 385. Dann ist es gekommen und dann muss ich mich aber auch hinstellen und auf der anderen Seite sagen, hey, ja, hey, gut, schön, schön und gut alles, ja, ist mal ein bisschen was nach unten gekommen. Aber vergesst bitte nicht im Hintergrund den Aufwärtstrend, das ist meine Pflicht als Analyst. Ja, ich muss ja versuchen neutral die Situation zu befeuern, in einem Bereich, wo diejenigen, die zuhören, sehr, sehr, sehr schnell emotional werden, weil sie vielleicht noch nicht ganz so professionell traden. Ja, weil sie vielleicht noch sehr instinktiv traden und umso instinktiver man tradet, umso emotionaler ist man bei der Sache. Ich bin auch emotional manchmal bei der Sache, das gebe ich zu, aber nicht zwangsweise, weil ich die ganze Zeit im Minus meine Position aussitze. Manchmal war ich auch ein bisschen zu euphorisch wäre, wenn es zu gut klappt. Ja, aber andere Geschichte, anderes, anderes Ding. Ich wollte bloß nochmal drauf aufmerksam machen, ähm, warum analysiert der Martin eben nicht kerzengrade nach unten? Der Markt kann jetzt 500 Punkte fallen. Warum sagt der Martin sowas einfach nicht in so einer Bewegungsphase? weil die Basis dafür noch nicht da ist. Ja, jetzt stand hier nicht, also die Wahrscheinlichkeit spricht nicht dafür, dass wir jetzt hier 1000 Punkte am Stück fallen, sondern eher, dass es träger wird, dass es zäher wird und da kommen wir jetzt auch gleich zum Donnerstag. Was wäre jetzt anhand Statistik, Wahrscheinlichkeit und vorherigen Abläufen? Das ist ja das, was ich letztendlich hier mache. Ich kenne nicht die Zukunft, aber ich habe beobachtet in der Aktie schon sehr, sehr, sehr lange und er hat halt immer wieder kehrende Muster. Er hat immer wieder, er hat Gewohnheiten einfach. Er ist halt, er hat ein eigenes Leben, kann man schon so sagen, eine eigene Persönlichkeit auch. Du musst einen DAX, musst du anders analysieren wie einen Nasdaq, du musst einen DAX anders analysieren wie einen Dow Jones und wie einen S&P, weil jeder Index, jeder Basiswert, sein Eigenleben hat halt, ne? Und ich finde, der Max, der DAX hat ein sehr markantes, aber auch ein sehr bestimmtes und sehr einprägsames Verhalten. Er war ja sehr, sehr, sehr stark und immer wieder auffällig zu Wiederholungen neigt halt, ne? Und Donnerstag sind dabei Tage, die eben besonders immer wieder auffallen, weil sie eben ganz gerne mal nach unten stechen, wieder zurückkommen oder eben auch andersrum. Und das sich hier in der Konstellation natürlich jetzt super einbinden lassen würde, weil wir haben jetzt hier einen dynamischen Abverkauf, ja, eine mögliche Trendumkehr auf Tagesebene durch diese lange rote Tagskatze, die wir uns gestern angedruckt haben, über eine sehr träge Erholung an unser erstes Erholungsziel ran. Die 360 haben wir den ganzen Tag gebraucht, um da hinzukommen. Das ist eher nicht so gut. Ja, das spricht eher dafür, dass der Max vielleicht sogar noch mal ein neues Tief haben will. Wenn er einen ganzen Tag 200 Punkte fällt oder fast 300 Punkte fällt. Es sind 300 Punkte? Es sind 300 Punkte gefallen? Nein, es sind nicht 300 Punkte gefallen. Wir sind von 5, 63 auf, doch, es sind 300 Punkte gefallen. Ja, ähm, wenn er an einem Tag 300 Punkte fällt, um dann am nächsten Tag, den ganzen Tag 100 Punkte zu steigen, ist das Verhältnis hier eher auf der Verkäuferseite. Das würde dafür sprechen, dass wir neue Tiefs kriegen. Ja, aber ich gehe davon aus, dass die eben, wir haben den nächsten Bereich hier um, ähm, 18.190, 18.200, den nächsten Supportbereich. Und ich gehe davon aus, dass wir übergeordnete eher eine Seitwärts-Touch reinkriegen, haben wir uns aus den Webinaren hergeleitet, über Statistik und so weiter und so fort. Und können wir deswegen gut vorstellen, dass der Donnerstag hier vielleicht eben reinsegelt. Reinsegelt auf die 200, auf die 180, dann hier in dem Bereich irgendwo eine grüne Stundenkerze zieht, ersetzt und wieder zurückläuft. Wieder zurückläuft in den Bereich um 300, vielleicht sogar höher, vielleicht sogar wieder hoch an die 360. Ja, dass es so ein Klick hier rein macht. Das könnte ich vielleicht hier mal reinmalen, ähm, als, als Router, dass wir mal wieder ein paar Pfeile drin haben. Das haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Ja, also wenn der jetzt hier abknickt und zur Schwäche neigt, könntest du mir sehr gut vorstellen, dass wir sowas gut, äh, erstmal reinkriegen können. Also neues Tief, was dann aber direkt wieder aufgekauft wird. Sollten wir tiefer gehen, bleibt es aber dabei, ja, also im unteren Bereich hätten wir durchaus noch, ähm, weiteres Abwärtsrisiko bis, ähm, ich sag mal hier, das ist nicht die 200-Tage-Linie, das ist die 202-Stunden-Linie, das haben wir schon, aber bis wir erreichen um 1840, 18.000, der dann sich hier unten noch ableiten lässt. Ja, also das, das sind die Ziele, die wir auf der Unterseite haben. Ähm, aber ich würde eben ganz besonders, wenn der Markt nochmal zur Schwäche, wenn er wirklich abklappt und er klackert jetzt von der 360 und eine 300 zurück, gehe ich schon davon aus, dass der nochmal am Donnerstag das Tief austestet. Ja, und dass er ein neues Tief setzt. Und dann würde ich mir sehr, sehr, sehr genau angucken, wie sieht dieses neue Tief aus. Und sobald das neue Tief mit grüner Stundenkerze nach oben angezogen wird, ähm, ist wahrscheinlich, dass er dann auch nochmal eine 360, 350 oder sogar höher kommt am Nachmittag bis Abend. Ja, ähm, sollten wir höher stechen und eben nicht schwach reinkommen, nicht unter die 300 weggebrezeln am Donnerstag, ähm, wäre erstmal noch weiteres Rücklaufpotenzial gegeben bis in die 4,30, 4,70 eben rein. Das wird dann nochmal so eine Zone, wo er ein Potenzial bekommt abzudrehen. Aber dann wird es auch relativ grenzwertig, denn, ähm, auf Tagessicht wird es dann schon dolle nach Konterischen. Ja, dann wäre es wieder wahrscheinlich nur eine rote Tagesklasse, die irgendwo mal auf, äh, oder, oder aufgefallen ist und hier auch sowas einprägsam ist. Ja, starke rote Wochenkerze eingeleitet mit Abwärtsgap, lang unten durchgezogen, nächsten Tag kommt Aufwärtsgap und der Markt läuft hoch und macht Neues hoch. Das müsste man jetzt zunehmend, umso höher der kommt, eben einplanen. Ja, und deswegen hatte ich gestern ja so sinngemäß gesagt, dass man sich vielleicht auch sogar hoch zu irgendwie ein bisschen versuchen kann, in die 360 reinzutraden, für den Fall der Fehler, er läuft halt oben raus, dass man dann eben dabei ist. Nicht, weil ich nicht Short analysieren kann, sondern, weil ja eben der Aufwärtstrendstand hier noch aktiv ist. Und die Aufwärtstrendfortsetzung, solange der Aufwärtstrend intakt ist, eben immer eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. Man würde man hier nach jeder roten Kerze, ähm, total brutal ins Shorten übergehen. Guckt euch das an, was es die letzten Wochen, Monate euch gebracht hätte. Ja, dann, dann ist es eher sinnvoller, ähm, immer wieder mit jedem, mit jedem Umklacken von der roten Kerze, mit jedem Aufdrehen, sich eher wieder vielleicht ein bisschen nach oben zu orientieren, rein in ein neues Hoch. Damit fährt man in meinen Augen viel, 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 viel besser. Ja, gut. Also, was würde ich sagen, wenn wir jetzt natürlich hier hochdrücken und der auch von 4,30, 4,70 nicht hart nach unten weggetreten wird. Er hat das Zeug dazu, am Donnerstag hart weggetreten zu werden aus so einem Bereich. Er kann am Donnerstag, wenn er uns jetzt hier hochsteigt, ähm, und eben nicht hier unten reinmacht, und er macht noch in eine 4,30, 4,70 rein, tritt auf rote Stundenkerze, kann der bis unter die 300 zurückverhauen werden. Das kann er machen, aber muss er auch liefern. Wenn er sich bloß da oben hinsteht, schinstellt, und zur Seite stehen bleibt, dann läuft der Echtgefahr, am Freitag Richtung 600 getrieben zu werden. Und darauf sollte man sich mit jedem weiteren Anstieg, ähm, einstellen. Dreht der jetzt hier bei 3,60 einfach nach unten ab und steigt schwächt. Ist das das Beste, was euch passieren kann, wenn ihr den unten haben wollt. Aber rechnet mal besser, damit das an einem neuen Tief im Bereich um 280, der erst mal wieder gekauft wird. Ja, weil der Trend noch zu viel Sogwirkung einfach hat. Ja, der müsste sich schon wirklich anstrengen. Der müsste hier unten eigentlich schon eine Bullenfalle stellen. Er müsste hier unten hartgrün andrehen und dann die grüne Stundenkerze oder diese drohende Erholung komplett zertreten und runter auf ein neues Tiefbrügel. Nur so würde der den Donnerstag so zuhauen kriegen, dass er hinten raus unter 200 den Tagesschluss bekommt. Und wenn ihm das gelingt, kann er zum Freitag sogar schon Richtung 18,40 gehandelt werden. Aber sieht man eben nicht so oft. Selten. Ja, und deswegen, ich präsentiere eher das, was häufiger passiert, was wahrscheinlicher ist, damit ihr einfach einen Vorteil habt. Damit ihr einen Wahrscheinlichkeitsvorteil habt gegenüber allen anderen, die einfach nur aus dem Bauch heraus drauf gucken oder Nachrichten hören und dann traden, was sie für richtig halten. Ja, okay. Das dazu. Ansonsten, wer hier alles, das lernen will, warum, wieso ziehen wir Pfeile, Marken, Linien, wie, wann, wo gehen wir rein, wo setzen wir unsere Stop Loss, wie lange halte ich den Trade, wann beende ich den, wo gehe ich rein, wann baue ich einen Trade aus, sowas alles. Meine ganzen Techniken, wer sowas lernen will, Seminar. Habe es die letzten Tage schon erwähnt. Im letzten Juni-Wochenende steht es drin, in Frankfurt vor Ort Präsenz live zum Anfassen. Wer Bock hat, kann Freitag auch schon ein bisschen eher anreisen. Freitag Mittag können wir alle zusammen dann ans Parkett gehen. Ich habe schon einen Vortrag für uns mal reservieren lassen. Können wir uns mal ein bisschen was zum DAX auch vor Ort erklären lassen, zeigen lassen, mal anfassen das Ding. Ja, meldet euch, schickt mir eine Mail an seminar at money-monkeys.com und dann klären wir alle weiteren Details. Ich mache zu, wünsche euch viel Erfolg am Donnerstag. Gutes Gelingen und dann bis morgen. Tschüss.